Polestar 2 Ich freue mich sehr und natürlich auch auf das Auto! Sehr schön, dann würde ich sagen, auf geht's! Das ist schön, so smooth! Okay, welche Fragen hast du? Ja, das hast du! Wie hast du es geschafft, dass du so ein kompensierter Spieler auf der Straße und so viele Menschen mit deinem Stil zu spielen? Ich habe Tennis gespielt, als ich 7 Jahre alt war. Und seit ich 10 Jahre alt war, habe ich immer das gleiche gespielt. Die Leute denken, dass ich mich verändert habe. Aber wenn du mich als ich jung bin, bin ich genau das gleiche. Ich habe einfach Spaß gemacht. Ich denke, wenn du Spaß hast... Ich weiß nicht, du glaubst in dir selbst. Ich denke, du bist ein großer Musik-Fan, nicht? Ja, ich würde sagen. In diesem Auto ist es ein bisschen magisch. Wenn du sagst, hey Google, und du sagst, play mein Favourite Song. Und dann, du sagst, hey Google! Hey Google! Play mein Favourite Song! Und dann, du sagst, hey Google! Okay, sagst du Spotify zu spielen Musik! Was ist es? Ah, hey! Ah, hey! Ah, hey! Ich liebe Roddy Ricch! Ja, ja! Du magst den Song? Ich liebe den Song! Ich liebe den Song! Was ein Song! Wie ist das? Wie ist das? Was ist das, was du sehr stolz oder besonders stolz bist? Ja, ich denke, ein Tweener oder Unterarm serve ist wie viele Leute, die Kinder und viele Kinder, und viele Kinder, die Leute, die Leute, die das lieben. Aber mein serve ist mein bester. Ich denke, mein serve ist mein bester. Es ist wirklich fast. Und es ist gut, weil ich manchmal nicht so gut zu run. Ja, ich glaube. Es ist gut. Ja, es ist gut. Es ist echt verrückt. Bro, bist du ehrlich? Next question. Is there a specific match you would rate as the best one in your career so far? My favorite matches, I think, so far was obviously against Nadal at Wimbledon. Yes. When I won. Yeah. That was like when everything, you know, everything started. And then Federer in Madrid. When I beat Federer in Madrid. And then when I beat Novak in Mexico. So the big three. The big three, yeah. Yes. Is there any other wish for your private life? Not really. Just staying happy. Staying healthy? Staying healthy, staying happy and that's it. And then kids. Yeah. We're in, everyone in. Cos, come on get in. Cos, come on get in. Ready? Yes. Let's go.